hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von encased ich habe herausgefunden wie man das ganze macht und zwar bin ich einfach mal hier zum generator gelaufen damals mir aufgefallen dass sie ab und an auch die lichter aus und angehen beim ersten mal bin ich einfach durchs dunkle dahin gerannt so jetzt machen wir schnell ein bisschen schaden können wir ruhig nehmen das halten wir aus jetzt stellen wir hier den mobilen generator an da passiert noch nicht viel jetzt musste ich noch darauf kommen das hat noch mal ein paar minütchen gedauert bis mir das aufgefallen war moment ich zeige es euch gleich jetzt gehen wir zurück wahrscheinlich kenne ich mich einfach zu wenig mit generatoren aus dass ich auf die lösung nicht gekommen bin denn jetzt können wir hier an das terminal und jetzt ist das licht an jetzt können wir glaube ich so ziemlich überall hingehen hoffe ich schauen wir mal na die knackis hier unten sind das knackis ja tatsächlich ne ist das die knacki uniform bin mir nicht ganz sicher auf jeden fall die mitarbeiter hier von denen halte ich mich lieber mal ein bisschen fern ich bleibe auch mal da wo die lichter sind ihr habt ja gesehen was passiert ist wenn man nicht dort ist wo die lichter sind dann geht es einem leider auch nicht allzu gut benzin fässer das deutet irgendwie auf kampf hier noch mehr benzin fässer da gehe ich nicht hin okay ja das sieht auch nach im relikt aus können wir das kennen noch nicht wir können es benutzen moment na gut dann wenn wir das tun moment mit strangen rapide fähigen images without taking your eyes of the sphere you move closer okay also das ding hier dieses kugelförmige relikt ist schuld wahrscheinlich an allem was hier passiert ist okay wir können scannen augen zu und durch nee nee ich würde sagen ich scanne mal das relikt wissenschaftlich leider nicht scanner at the artifacts glowing surface but the device will not function only a sign curve is quivering spasmodically on the monochrome screen you suddenly begin to feel numb the prickling in your hands and the anomalous radiation pressing against your head grow weaker but a frightening sensation rises in their stead an unknown force detaches you from your body and takes you up into the cool ringing silence the maelstrom hanging above nashville embraces you all of your consciousness unfolds like a giant canvas hurling you into a dark auditorium you see the maelstrom swirling over nashville pulling you from the crumbling walls of the base it lifts your mind above the world it covers the lands of the dome like a gigantic spot in the swirling shadow of which the lights of human consciousness flicker some of them fade away barely in contact with the maelstrom others grow dimmer and blink painfully some glow with a strange cold light gaining strength the maelstrom rushing westward comes crashing down onto the southern lands of the dome leaving behind hundreds of fluttering and slowly fading lights after sweeping out concord and spire station the maelstrom finally calms down it hangs in the very center of the dome like a majestic lazily swirling vortex and your mind rushes about within it like a shining spark okay ist das gerade wirklich passiert oder war das nur eine halluzination it takes you some time to realize that you're wandering through a fog eventually the dull white nothingness begins to dissipate slowly returning you to reality a noise fills your ears a rumble resembling the sound of waves rolling ashore you step carefully through the white haze fragile bits of rock crackle under your feet vague shadows appear from the mist over your head breached concrete plate bristling with exposed armature the dusty drill of an earth mover lying on its side yellowed documents boxes crushed steel closets that tumbled down through gaps in the floor the space beneath your feet resembles thick but perfectly transparent ice a vortex of clouds spins slowly below the lights still flickering they're the same lights you saw when you first touched the sphere the lights are actively moving wandering gathering iridescent they form both small and large groups and the desert far below changes following their pattern sattelments appear in the north in the east in the west and even in the dull yellow barrens of the south they grow right before your eyes as if time were moving ahead at incredible speed oh god okay wer sind die denn clara Evan? Tim? OneHit ist auch hier, OneHit. Was ist hier los? Hiya. Seine unsicheren Gesten lassen vermuten, dass er auch wie du nichts fühlt. Was hab ich mir überhaupt erhofft? Steele schaut ihr in die Augen. Wissen Sie, wie unwirklich es sich anfühlt, überlebt zu haben? Und bei all der psychischen Belastung, die der Mahlstrom erzeugte, bei Verstand geblieben zu sein? Viele Menschen sind verrückt geworden. Das ist das, was wir hier gesehen haben. Und was danach in Ankara auf der Westseite der Kuppel passiert ist. Er schaut ihr in die Augen. Ich bin gerade in meinem Kopf gefangen, wissen Sie? Aus meiner Sicht sieht es hier wie im Rechenzentrum aus, an das mich Louise eingesperrt hat. Wie ironisch. Und weg. Clara? Aber wer ist Clara? Okay, ähm... Alles ist okay. Ich bin kein Geist. Ah. Clara. Die, mit der wir hergefahren sind, ne? Also ist das jetzt wirklich alles passiert? Ist jetzt alles innerhalb der Kuppel... Ja, zerstört? Okay, ähm... Ich... Ganz ehrlich, ich... Ich weiß nicht, wo ich bin. Clara sighs heavily. I see. Why are you appearing to me? Is this some sort of a sign? Do you know about signs? This is when... What is it? Wer ist Tim? Der Knacki hebt seine Hand, als würde er eine unsichtbare Waffe auf dich richten. Heilige Scheiße. Völlig ratlos sieht er seine leere Hand an. Ginzburg schaut auf und mustert dein Gesicht mit einem misstrauischen Blick. Kenn ich dich? Ja, ich kenn dich. Scheiße, ach du Scheiße. Ich sollte mit dem Scheiß aufhören. Diese Brille verbrutzelt noch das Hirn. Er gibt ein plumpes Lachen von sich und zeigt aber auf seinen Kopf. Okay, wo bin ich? Tim grinst. Woher soll ich denn wissen, wo du bist? In der Hölle? Zusammen mit Decker der Schlampe und diesem pingeligen Bastard? Wie war doch gleich sein Name? Norman? Stealman? Genau, Steal. Ach, das ist der Knacki, der abgehauen ist wahrscheinlich. Er wirft ihr Handy in die Luft, gefolgt von einer Fontäne Dunst. Hab ihm doch gesagt, dass es einen Ausgang gibt. Den hab ich gemacht. Ich hab ein Auto gefunden und wagst ja nicht, mit mir eine Predigt zu halten. Ich hab nichts falsch gemacht. Ich musste dort nicht mit dir sterben. Sein Gesicht verliert plötzlich jeglichen Ausdruck und seine Stimme klingt auf einmal tot und geistlos. Nicht jeder kann in der Schweren kommen, das bedeutet doch was, oder etwa nicht? Sagt er und starrt sein Gesicht mit seinen gläsernen Augen an. Wiedersehen. Aaron. Oh, ja. Oh, ja. Schön. Ähnlich mal eine freundliche Gestalt hier. Melville. Melville examines you closely. Hm. Safe and sound, I see. How'd you pull that off? No one survived where you were heading. The only worst place is the center of the dome, where the spire... Well, you know. The old man points vaguely upwards with his crooked finger. You're aware, aren't you? The spire is falling. Oh. Now the road's closed. As if folks would want to come here anyway. And here we stay like crabs in a barrel. Krass. Die Spire is gefallen. Das ist... He thumps his timber leg on the ground, driving the mist away. Uh, don't think that I'm complaining. My business is on a roll. They come and they go. Melville's face seems to petrify. He speaks slowly, but flounders anyway. Uh, the gas station can be crowded nowadays. Uh, everybody needs my gas station. Oh, folks want crazy, I tell you. I'm fighting over nothing. The old man woefully shakes his head. Puh. Okay. Das waren alle. Und ich? Was mache ich jetzt? Ich... Ich weiß nicht, was ich jetzt tun muss. Oh. And a cloudy funnel begins to slowly trail after. The funnel spreads out under your feet. Flickering waves of lights drift northward, driven by the winds of a maelstrom. Not just a maelstrom. Maelstrom. Its shadow covers the west and south of the dome. As if it was extinguishing the lights scattered across the desert. Oh. Martin Kingsley. A gray-haired man, arms stiff at his sides, stands squinting short-sightedly into the mist. Kingsley is much shorter in person. And older. He notices you. I depended on you and you failed me. Why did you not report on the events of that day? Was? Martin comes closer. Ich kann da nichts dafür. Der hat mich allein hingeschickt, also ganz ehrlich. You notice small changes in his uniform. Some of the insignia have been replaced by larger patches, resembling military chevrons. Kingsley nods, as if anticipating your question. Yes. Yes, the uniform is new. But the man is the same. Head of the Jelen base. I intended to resign after the incident, but Nakamura decided otherwise. I couldn't argue with her. He surveys the thick mist around you. One thing is certain. You're standing here. That means you're alive. Yes. I know what this is, partly. Ich nicht. Kannst du es mir erklären? He looks you in the eye and says... Scientists on the Emulator Project have been telling us a lot about it. Not everything, of course. Even they don't know what it is. So, Sebastian. Van Olden looks the same as he did during your first meeting. The same shiny glasses with thin rims, an arrogant expression, and a stopwatch clutched in his hands. He's examining a shred of mist hanging in the air. He's so involved in his research that he doesn't notice you at first. Meeting your eyes, the scientist instantly darts back. Then he comes up to you and begins to palpate your face, hands, and clothes. His fingers seem to sink in your face. Sebastian Van Olden screws up his lips, scornfully. Yes, of course. A thought form, like the pink mist, I suppose, or any other similar anomaly. As was to be expected. Okay. Was passiert hier gerade? Ich finde das voll komisch. Ich hoffe, da kommt noch eine Auflösung. Okay. Ähm. Moment. Okay, was für eine Gedankenform und was ist dieser rosafarbene Nebel? Sebastian smiles dreamily. Nein, ich gehe hier nicht. Ich bin doch immer noch hier. Ach, Manu. Okay. Immer noch hier gefangen. Über der Kuppel. Das ist irgendwie nicht sehr beruhigend. Na, komm. Lasst mich gehen, bitte. Ich gehe einfach. Tschüssi. Das ist eine.. Ich sehe. Was sehen wir denn da alles? Oh Gott, Forschungskomplexes, Soldner, Soldaten. Also ich sehe noch nicht so viel Sinn jetzt in allem. Oh Gott, muss ich mit den einen reden? Das ist ja, das nimmt ja kein Ende hier. Abt, wer ist denn der Abt? Kimiko. Ein altes Mann, lang und lehn wie ein Scarecrow, leans über zu examinieren Sie mit der curiosität eines Vulturen. His long, yellow-white robes fall down in waves and rustle quietly. His stony-black eyes resemble those of a blind man, but their gaze is fixed on you. Such remarkable technology. He says in a low, well-modulated voice, this voice seems to belong to some other person. He smiles, a warm and kindly expression, wildly at odds with a menace in his eyes. Name your price and I'll buy your design. Was? 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 Ich möchte mich nicht verkaufen. Oh Gott, geh bloß weg. Kimiko, bitte red mit mir. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, das wäre eine vom Anfang gewesen, der wir begegnet sind. Sie stand so close, you can see multi-colored reflections in her bionic eye. After poking you to confirm your ethereal nature, she waves her hand left to right. Obviously, she's hoping to disperse you like mist. Naturally, she fails. The woman chuckles discontentedly and leaves. The clicking of her heels fades quickly away. The fuzzy mist, as if whisked with a mixer, looks like slowly dissolving clouds. A short, chubby little man in a camouflage cap, an army shirt, steps fussily out of the white. He clasps his hands behind his back and stops a few steps away, scanning you with his gaze. Vivid interest flashes in his eyes. He clears his throat. I'm out of jokes about death. Or about Mr. Christ. I'm out of jokes about hallucinations. Although hallucinations under the dome aren't any joke, but an everyday reality. The man circles you. His glance bounces from your face to your uniform, to your shoes and back. But you, you are something else. So, let's see. A pre-war haircut, all-time uniform, clean and pressed. Hmm. Vorkriegsfrisur? Gab's zwischenzeitlich ein Krieg? Hm. Vorkriegsfrisur? Gab's zwischenzeitlich ein Krieg? Vorkriegsfrisur? You are not using an image that's familiar to me. You don't look like anyone I know. And your badge says... He raises himself on tiptoes and fixes his eyes upon your badge. The name. Of course. Of course. Of course. The name. Okay. Wir sind scheinbar bekannt. He flings his arms about and leaves without even saying goodbye. The mist seems to slam shut behind his back, like a pair of wing doors closing. Hm. Was ist denn da passiert? Okay. Olivia. Olivia? The fluctuant white slowly settles. A man and a woman stand before you. The woman rolls her eyes discontentedly. Are you serious? Tuesday, I tell you. Wednesday, I tell you. Thursday. How come I always repeat the same thing? I can't sleep without my pills. You're the man. You're responsible for me. The nightstand. The top drawer. There they are. Oh, my pills. Just say, pills, before we go to sleep. Is that so difficult, Johan? She pushes him lightly on the shoulder. The man nods automatically, lost in thought. The woman clasps her hands in front of her chest. She's boiling with frustration. I can't depend on you, can I? I haven't been able to relax in years because I have to control the situation for both of us. Yes. Johan! Hello! My pills! P-I-L-L-S! P-I-L-L-S! P-I-L-S! P-I-L-L-S! Schön vorgesprochen! Oh, toll. Das ist durch den Manns-Pondering. Er kommt zu seinen Szenen und schlägt dich in Überraschung. Dann, er schlägt sich um seine Kampagne. Olivia, nicht schau. Mach ein Geheimnis, um deine Päume auf deine Päume zu legen. Insofern, das nicht um die Päume zu tun. Olivia falters und schlägt sie ihre Finger an dich. Und was ist das? Oder wer ist das? Geh mir sagen, ohne die never-endingen Riedel, Johan. Just sag mir! Der Abt scheint jetzt wichtiger zu sein, ne? Wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt und wir haben ihn ja auch gesehen. Johan lässt sie hervorrufen und dann folgt sie. Beide fort, Victorian Sable. Eine unbekannte Frau kommt aus der Mist und schaut dich mit den wundervollsten Augen von einer verrückten Person. Sie hat einen tallen, krudig gemachten Kronen, schildert mit Gold, Powder und Nammel. Oh, ein schickes Profilbild hier. Also ein schickes Bild. Porträt. Was sind das alles für Leute? Das hört gar nicht auf. Das hört gar nicht auf. You see a short, dark-skinned man with a grim face. Er ist ein blöchst, Turban. You take a step towards him, and he strides forward as if to block your way. The ends justify the means, don't they? Have your scientists nothing better to do, Kimiko? He asks, looking upward. The stranger raises his hand, forcing you to stop. He looks up again. We have to be like the Soviet Union in Germany in the late 1930s. Mutual favors, mutual limits, parity. We've always worked on such terms. As he finishes speaking, his lips stop. The man in the turban keeps standing there, a lean figure looking angrily upward. Gott, war's das jetzt endlich? Ich würd wirklich gern gehen. Das Ganze ist irgendwie sehr suspekt und seltsam. Okay, ich glaub, das war's. Ich will nach Hause. Okay, wir sind wieder hier. Das war interessant, das Relikt ist zerstört. Aber sind jetzt wirklich so viele Jahre vergangen? Also, war das nur... Naja, was genau war das jetzt? Sind diese ganzen Jahre vergangen? Kommen wir jetzt in eine Welt, die wir so nicht kennen? Jahre später? Oder kommen wir jetzt wieder in die gleiche Welt und können quasi davon berichten, was wir in der Zukunft gesehen haben? Gott, das wird spannend. Ich bin sehr... Ja, ich bin sehr gespannt, was als nächstes passieren wird. Aber jetzt erstmal müssen wir leider Schluss machen. Die Folge ist viel zu lang geworden. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye!